Was wissen wir über den Ausnahmekünstler David Bowie? Und was wollte er in seinen Songs zum Ausdruck bringen? Wie ist es weltweit um die grundlegenden Rechte von Menschen bestellt? In Kriegsgebieten, Diktaturen, aber auch in den Demokratien, bei uns. Was macht die Erfolgsgeschichte der Asterix-Comics so einzigartig? Und was haben wir bislang übersehen? Die 100-Seiten-Reihe bietet populäre Themen aus Kultur und Geschichte, Naturwissenschaft und Gesellschaft. Für 100 Minuten Leservergnügen. Die Autoren präsentieren ihr Wissen auf den Punkt, sorgfältig recherchiert und mit einem persönlichen Bezug zum Thema. Aufschlussreiche Zahlenspiele und unterhaltsame Infografiken geben interessante Einblicke in jedes Thema. Ein breites Themenspektrum im handlichen Format. Ideal für unterwegs. 100 Seiten für 100 Minuten.